ja heim willkommen mein name ist danirolp und ich begrüße euch zurück zuletzt bei tales of xilia immer noch neben questen vor dem finalen kampf ja ich habe mich wieder auf die suche nach ayla gemacht ja irgendwo hier in den königlichen jahrgründen geflüchtet ist aber ich bin irgendwie zu blöd zu finden und ich habe ehrlich gesagt jetzt kein bock hier noch mal überall durch zu gehen ich habe sogar einige loch löcher hier noch durch sucht um zu gucken vielleicht ist ja da drin irgendwo aber ganz ehrlich ich habe jetzt im moment nicht so viel braucht noch da auf screen nachgucken ich erwarte jetzt erstmal die shops für euch jetzt ich weiter rede während ich weiter rede und ja deswegen bin ich irgendwie zu dem entschluss gekommen dass sie vielleicht die königlichen jahrgründe überquert hat und zum labari kessel gegangen ist ich meine vielleicht könnte es ja so sein mal gucken so noch einer hallo dann hat er auch noch bestimmt ja schoss werden auf der 100 sein aber dieses space wenn jetzt aufs krieg machen muss so ich könnte vielleicht die waffen markt nachgucken sternstab so dann gucke ich mal vielleicht ist ja im labari kessel vielleicht ist allein geflüchtet aber ich habe bestimmt auch noch ein zwei sachen geben die wir machen können oder wenn ich dann bin ich irgendwie umsonst die gegend aha passiert was ja wohl ich wusste es bohr bin ich gut und ich stolze bei alvin wie perfekt oh nein ich habe so eine ahnung hat sie gemacht so lange als mom was alive Ayla could never get her happy ending exactly i don't want anything more to do with exodus all i want to do is live a normal happy life i worked so hard just to be able to do that did my mother suffer good that's the one thing i was worried about you're going to let her go you're going to let her go she killed your mother mom knew she wasn't long for this world she told me so in her last letter she asked me to set i live free after she died she knew and she still yep even though it meant she'd never return to the home she loved so much i i don't believe you you're just going to blackmail me again i have to destroy all the evidence i have to erase my former self or else i'll never be truly happy und ja 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 das war irgendwie ja ich bin sehr überrascht über diese geschehnisse gerade ich bin total schockiert ja 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 irgendwie geweigert glücklich zu werden habe ich so gefühl how is she doing thanks to your first aid her injuries have healed up nicely but mommy why are you leaving me please don't sell me i promise i won't complain about being hungry please mommy how could this happen don't worry i'm here i'll always be here for you whether you get better or not aila is lucky to have you but it's so sad it's just eigentlich genauso wie bei alvin und seiner mutter are you sure it's okay for us to stay here i don't mind she'll be safe here they don't know about this place but i'm taking the gun belt with me it's been in my family for a long time i promise my mom i take it home with me then i hope you find your way back home it's the least i can do for her she was a great mom ja waffen gut ok ja ein bisschen mord und totschlag zum lobari kessel was schon wieder go back to the booster research lab go back to the barry hollow why would you want to go there warte was ist jetzt was wir da bekommen haben weil ich trete die fertigkeit rüstung laden was wirst du mal was hat denn wirst du mal ein vermeidet taumeln aufgeladenen zustand aha cool dann gehen wir wieder zurück zum lavari kessel lavari kessel schätze mal die ques konnten noch nicht gemacht werden weil aila irgendwie was das ist das 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 ich würde sicher nicht sagen ich liebe das wie der wind fühlt hier wenn es war ich sehe schon wo ihm das hinführt ja mein gott ja august ja 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 so Wieso nicht der Typ von Isla? Ich habe ein Messag von Isla. Sie erinnern, wo Elise ist. Es gibt einen Ort, in der Mohnen. Isla sagt, die Haus, wo du geboren bist ist. Also Isla ist alles besser? Nein, es ist nur etwas, was sie sagte während ihrer Delirium. Sie sagt die selten Dinge, über und über. Dann hast du gelernt von ihrer Vergangenheit. Ich weiß, sie kann nicht mehr und mehr und mehr und mehr. Aber du denkst du, dass du sie entschuldigen kannst? Alles, was sie an diesem Punkt kann, ist entschuldigen. Deine Entschuldigung würde viel bedeuten. Elise, bitte erzähl Isla, dass ich gesagt habe, danke dir. Ich werde sicherlich. Okay, los geht's. Ich will den Ort, wo ich geboren wurde. Mannhochland. Mannhochland. Oh, gut. Wir lesen mal nicht alles. Es geht. Es geht. Es geht. Nichts nach meiner Leistung. Mein Gott. Was soll denn? Was soll denn? Dann bin ich auf einmal in so eine Phase. Mannhochland. Da ist natürlich genau, wo es ist. Ne Hütte? Wo sind denn hier eine Hütte? so ein gedächtnis ist wo sich hier ein haus befindet hat es ist irgendwie ein anzeichen dass ich ein falsches gilt habe oder hat was soll hat denn da müsste ich mich ja entschuldigen mann obwohl ich glaube perfekt mann beschwere ich nicht mann aber die ich ja schon immer ja so er konnte ich noch wenigstens ein bisschen von der welt denn die indien die bühne stock ja woher soll ich denn erkennen sich jemanden haus befindet hat so könnte überall sein war nirgendwo er baut den hauten haus hier irgendwo meine vielleicht hatte ich ein dingens kann balla irgendwie zelie singen kann man irgendwo geboren ist genau sein weil sie nicht jetzt bin ich doch nicht so der druck ja so genau weiß jetzt auch nicht da man am beute gegenstand herz kraut als ein bisschen weh ich glaube ich habe jetzt das letzte verkuppelt mich nicht nein wenn dann gehen wir nach kamen weil wenn ich jetzt keinen weiteren anhaltspunkt habe also wenn man irgendetwas in diesem partner außer irgendetwas passiert hier weiß auch nicht ich habe noch so viele quiz offen bei einigen steht ja gibt es eine geologin und so alles ich erinnere mich auch gar nicht mehr wenn er mit gemeint so ja warum man kann mal da vielleicht sei irgendwie was oder auch nicht niemals ist mit ihm los ne ob sie da eben nicht falsch warum entschuldigt er sich in die ganze zeit für seine leistung mila tuner rohn entschuldigt sich für seine leistungen was so gut teilweise los mit euch also so habe ich euch nicht gespielt wenn man schon immer da ist das hier dieses haus du dieses vater der wahl auch dazu habe ich kein appetit mehr und ich friere leichter als sonst kurz doch ja es wird bis auf den park hat sie uns vorhin sehr produktive aufnahme ist so weg durch den wagen von mir auf einfach so hotel kann ich noch mal nach sonst wirst du jetzt auch nicht was man machen könnte die tochter von gaios na hier passiert irgendwas oh 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 Du, du, du. Gleich aufsehende Soldaten, oh mein Gott. Das habe ich glaube ich schon vor 100 Parts so, also angekündigt. Willis guckt die ganze Zeit so entsetzt. Wenn das ist, was seine Anfragen hat, dann gib mir mein Bruder zurück. Hey, komm mal. Wenn die Gäste sind unter dem Anfragen, kann ich helfen. Ich weiß mein Weg um eine Sorte. Aber nur die Soldaten verletzten. Hey, es ist sicher, dass wir ein paar Hilfe brauchen, um durch das. Hör, ich spreche mit den anderen Unienern über die Schmerzungen über die Schmerzungen. Aber wenn diese Situation dreht, Dinge werden nur schlimmer. Das bedeutet nicht, dass du nichts tun kannst. Der Mann ist richtig. Ich weiß nicht, was wir nicht tun können. Und wir fokussieren, was wir können. Jude. Ich liebe es zu sagen, aber ich denke, dass wir uns mit den Fakten haben. Alles, was King Gaius getan hat, war für Nott. Okay. Wenn die Nachricht von meiner Identität verbreitet, wird es nur Schmerz für King Gaius machen. Wir werden wahrscheinlich nie wieder sehen, aber ich bin glücklich, dass ich alle von euch konntet habe. Auf Wiedersehen. Ich bin glücklich, dass wir uns wieder geblieben haben. Das hat er bis zu uns als passiert. Wir freuen uns mit dem Sinn. Wir freuen uns ja. Wir dürfen dich nie wieder sehen. und wieder ein ereignis erledigt und das was was die priorität so wie ein ereignis erledigt die liste kürzt sich langsam und zwar keine ahnung wo ich jetzt dieses vergangenheit enthören kann aber was soll es wir sind sowieso am ende des parts angelangt deswegen würde ich sagen dass was gibt es dann ist deswegen würde ich sagen ja ich bin dem partie und wir sehen uns in der nächsten folge ich bedanke mich fürs zusehen und sage auch wiedersehen